I, 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 I Moin Leute, ich krieg meine Stimme immer noch nicht hoch, ich bin immer noch ein bisschen lang geschlagen, aber nicht mehr so viel wie letzte Woche, oder? Ich muss immer noch husten, naja egal, es geht irgendwie einfach nicht weg, keine Ahnung, aber vielleicht krieg ich ja irgendwann mal wieder die hohe Stimme hin, lol Wir sind beim letzten Spieltag der IPL, wir spielen gegen Christian, es geht um nichts mehr, also es ist mir auch scheißegal wie der Kampf ausgeht und ich hab coole Sets überlegt Es sind jetzt nicht alle mega krass, innovativ, aber bei manchen dachte ich einfach nur, ich hab Bock drauf und ich hab halt tatsächlich auch nur Sachen mitgenommen, auf die ich Bock hatte Christian hat den Kader nicht verändert, das heißt wir hätten theoretisch genauso gleiche Team wieder mitnehmen können Habe ich aber nicht, ich hab ein Eject Button Zapdos dabei, ich hab Live Orb Wassertempo Branawatz dabei, ich hab ein Band Likenrock dabei, ein Eipfelbeere Eggie Slash dabei mit Abgangspot, ein Uts Arkani, das glaube ich das normalste Mon, das ich dabei hab, ganz ehrlich Und dann hab ich noch ein Scarf Neuwand dabei, also ja, starten rein Ich bin gespannt, was er so dabei hat, ich hab mir auch ein paar Namen überlegt Er hat eigentlich nichts mit Castador dabei, aber kein Wing genau, das ist gut Dragapult, bin ich mal gespannt Er meinte, er hat sehr witzige Sets sich überlegt, deswegen bin ich schon sehr, sehr gespannt, was auf mich zukommen wird Ähm, Lasho King, dann hat er noch Finesse, ja das ist natürlich ein Rotz, das stimmt Pampros, bin ja auch gespannt, was er da drauf hat Band Pampros vielleicht, das ist witzig Und Castador Castador bin ich wirklich gespannt, ich hab keine Ahnung, was das kann, wenn ich ehrlich bin Naja, äh, wir können eigentlich immer mit dem Corona-Vater-Lied Ich hab heute mal irgendwie andere Namen mit, außer du und das wollte ich eigentlich Ritter-Shit nennen Aber Shit ist gebannt, deswegen hat's das halt, ah, weggemacht den Namen, leider Ähm, Castador heißt San Diego wegen dem Fluchtknopf Es kommt halt so rein und dann ist es wieder weg So halt wie San Diego, macht Comeback und ist dann wieder weg Ähm, zumindest war's bisher immer so Und warum Ranawats Bushido heißt, das ist jetzt auch nicht so ganz Aber gut, ich denke, das ist fein so und wir gehen einfach rein Bäh, komplett am Eskalieren hier Ich hab mir auch überlegt, ob ich mit Zapdos lehnen soll, weil den krieg ich sonst vielleicht nie wieder gescheit rein Aber mal schauen, vielleicht geht der Fluchtknopf der heute auf Wie heißt nochmal Castador auf Englisch Tentantel war Faro-Fawn Ah, das war Faro-Seat Tari-Boom-T Ah, das ist wirklich Faro-Seat, cool Ähm, der sollte doch eigentlich niemals einen Flammbuch überleben, oder? Nee Das kann ein Knocker Er wird wahrscheinlich Evolid haben, ja Ich drücke einfach straight ab Flammbuch Ich mein, warum nicht? Also verliere ich was dran? Nee, ich verliere nichts am Flammbuch Weiß nicht Ob er ihn auf dem Schirm hat oder nicht Sollte er haben Aber Ich drücke den hier einfach Farfines kann dann reinkommen Er hat ihn anscheinend nicht auf dem Schirm Das Ding kann jetzt schon tot sein Das ist eine Roll, actually Ah, wir kriegen die Roll Er kriegt Darmsteine Ich hab keinen Defog dabei Läuft schon gut Rocks Und Evolid Ähm Oder hab ich Defog dabei? Nee Ich hab keinen Defog dabei Das heißt Zapdos wird sich freuen Und Oder? Ich glaub nicht Aber kann auch sein Dass ich jetzt Hard Inter Wenn ich das mach Ähm Aromatis So eine Feuerattacke Ich glaube es kann Konnte kein Kann keiner Wir gehen ab da rein Und wenn er wishing will Ich hab jetzt auch ein Pampros Da kann ich dann theoretisch einfach rausdauern Und abgangspunden Ähm Ja wir gehen einfach für Ironhead Kann sein dass Pampros reinkommt Also wird wahrscheinlich auch reinkommen Kann weg Ja Okay Ja kommt auch rein Ich glaube Wir sehen jetzt hier gleich ein Band Pampros oder sowas in der Art Bumm Oh das ist offensiv Ja Ich mach so viel Schaden Das ist offensiv Wenn ich mit dem so viel Damage mache Wir sind zwar komplett invested Aber wir haben auf ein Mudstail Ähm Sehr sehr viel Schaden gemacht So Ja der sollte normal Also wir haben dem wirklich viel gemacht Der ist ja hundertprozentig einfach nur offensiv Ähm Der ist nicht mal voll jetzt spiel So wir können jetzt ausdauern Und dann abgangspunden Aber eigentlich ist Aggie halt wieder unsere Wincon gegen Ding ne Aber drückt jetzt den Rockmove Ich will Aggie nicht gegen Pampros verlieren Ich will ich Zapdos reinholen Ne das ist das useless Der ist sowieso gut Ich kann auch einfach Bedroher drücken Bedroher ist eigentlich immer nice Ah ist schwierig Muss ich sagen Ist schwierig Aber ich will Aggie an der Stelle einfach noch nicht abwerfen Ich weiß Es sieht so aus als wäre das hart da eben Aber ich kriege Bedroher drauf Und Ich will die anderen Mons einfach nicht reinholen Habe ich keinen Bock drauf Und auf minus 1 ist das Ding dann auch nicht mehr so useful Ähm Geht auf Steinhagel Genau deshalb wollte ich nichts anderes reinholen Muss ich sagen Und der macht mir mehr als 50% Action Okay Da bin ich jetzt gespannt Wenn der auf minus 1 ist Zack Gegen mein Macht der mir mit einem Rockslide Wenn der Full Attack ist Der hat mir trotzdem über 100 Damage gemacht Ne Der muss Band sein Oder? Choice Band Ja ja der ist Band Ähm Bizarre Raum ist ja immer noch so ein Thing Ne Wie lange geht der noch? Eine Runde? Ne zwei Runden Okay Das heißt wir können jetzt aber in Durengard zurück gehen Oder in den Ne ich geh in Durengard Der soll das live auch noch nicht sehen Naja ich geh einfach back Ich weiß ja dass der Band ist Er geht wohl nicht raus Oder wird das im Bizarre Raum dann auch nicht umgedreht Oder wie ist das? Also dass der Band ist Wundert mich jetzt nicht Habe ich irgendwie schon erwartet Ja passt okay Band Ähm Rockslide Kann auch sein dass ich mich jetzt komplett vertue Ne Der gar nicht Band ist Und ich hart verkackt hab Aber sollte schon sein Ich kann es einfach nochmal für den Iron Head gehen Und Danach Bin ich schneller Das heißt das ist gut Geh doch raus Was hat er für den Switch in den Iron Head? Ah das Ding okay Das sollte jetzt aber einfach nur verrecken denke ich Dann ist das raus Und Durengard hat einen Kick Actually eh nice Hey Durengard macht schon mehr als letztes Mal im Match okay Kann ja mal ein bisschen loben das Ding Er hätte mich jetzt auch gewundert Wenn das gelebt hätte Oh Eisenstachel So ein Wieser Parfiness hat Trickblum kann ich mir aufschreiben So verdrehte Dimension ist wieder normal Das heißt jetzt kein Dragapult oder sowas reinkochen Es kommt WeWile Oh da könnte ich jetzt aber abgangs Also da könnte Der kann jetzt for free ja Knockoff drücken Ne Und deswegen könnte Er kann nicht nochmal Band sein auf WeWile Da könnte ich jetzt Aber dann komme ich ja wieder nicht durch Parfiness Das ist doch problematisch oder nicht Ja Arcani ist eigentlich immer gut gegen Parfiness Das schicke ich nicht sonst da rein Da schicke ich doch jetzt sonst nix rein Wir können WeWile rausnehmen Oder generell irgendwas halt Ah wenn der Eis schad dabei hat ist scheiße Dann bringt es nämlich eh gar nix Ah fucking Mon mit Prio können wir das nie machen Wir können aber theoretisch einfach In den gehen Den abwerfen Das ist probably doch das Beste was wir haben Ah wegen der Prio geht es nicht Weil wenn er es riecht Dann Weil Ausdauer ist schon sehr obviest Wenn er es riecht Dann kann er einfach Eis schaden Und ich habe ein Problem Aber wenn der Bedroher drauf ist Können wir danach theoretisch einfach in Wolverrock Finsteraura Spezielles Lord 81 Damage Warte Keine WeWile Einfach ein spezielles Wait Das macht aber sowieso Kappen Damage Jetzt hat der nur 45er Spätzeteck Ist der Mordes Also 81 Damage Hat er mir gemacht Mit Dark Pulse Ist der Spex Bitte sag mir jetzt nicht Was der Spex ist Der muss Spex sein Der muss motherfucking Spex sein Ja gut wir haben aber nicht wirklich Einen guten Zwitsch hin da rein Der ist fucking Spex Ich gebe ihm noch den Damage mit Mit dem Turbo Tempo Test Spex WeWile Leider Er meinte er hat witzige Sets Dabei aber das ist so witzig Würde habe ich nie erwartet Sollte mit nichts normalem rechnen Hier Er weiß ich habe Turbo Felsen Der ist sowieso schneller Mit dem kann ich einfach Newtonen Oder Ja eigentlich schon Sollte nichts dran verlieren Ne Ich kann ja einfach rein in den Und U-Turn U-Turn macht auch gut Damage Flammenwurf würde killen Ja Ja gut Spex habe ich sowieso gerochen So ist es nicht Aber will er hier drin bleiben Will er das Ding abwerfen Einfach Flammenwurf drücken Ein paar Finesse habe ich eh In Zwitsch hin Aber dann kann er wieder Trick rumen Das ist auch blöd oder Oder Kann jetzt harder Mistplay sein Ein Orkan kann das auch missen Wobei wir ja eine Ein Ding erleben sollten Ich gehe einfach straight up Für Orkan kommen Naja geht raus Orkan ist aber dann ein guter Play gewesen Glaube ich Und ein paar Finesse reinkommen Wenn es hittet Wollte schon sagen Wenn es hittet Es stirbt wahrscheinlich Ne es ist Citro Okay Schade Aber die haben wir jetzt Nächstes schon mal gekriegt Und wir können eigentlich Aber trotzdem immer in Eggie gehen Wegen das Ding hier Das ist halt schon nice Aber er kann halt auch wieder Trick rumen jetzt einfach Ne Ist auch blöd Was mache ich wenn er jetzt wisht Kann ich dann einfach Ne Swished ist eigentlich Drinbleiben besser Und einfach Okan weiter drücken Aber ich will das nicht verlieren Weil das ist schneller als Also er spielt Scarf Dragapult Das wär's Ey Scarf Dragapult Würde ich actually sogar fühlen Weil ich Ich kenn das Set Das ist geil Scarf Dragapult Würde ich gegen mich Sogar vielleicht auch sehen Wenn der Wenn Neuwand gescarft ist Weil halt Nur deshalb so Er geht straight up im Mondgewalt Und bin ich zufrieden Mit meiner Entscheidung Dann bin ich sogar Sehr mit meiner Entscheidung Zufrieden Und wir sollten Eisenschädel einfach drücken können Der hat auch Vollgas 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 Einfach Eisenschädel Ich dachte jetzt schon Der hat eine Antistahlbeere Aber der hat ja gerade Seine Beere aufgebraucht Der soll jetzt einfach sterben Ja Das scheiß Ding ist da Und damit können wir Theoretisch Eggie abwerfen Parfinesse ist down Und das heißt Wenn jetzt WeWile kommt Bleib ich einfach drin Drück aus Sauern Und kill den Ganz ehrlich Das ist das geilste Was ich zur Verfügung hab So Das ist wirklich das geilste Was ich habe Na das ist nicht Das ist nicht Das ist Dragapult Ah das ist schlecht Was drückt der jetzt Drückt der Sub Oh das kann so ein Misplay sein Alles Ah das kann alles So ein Misplay sein Ich würde jetzt aber Am liebsten einfach Ausdauer drücken Weil er sich denkt Der Spukball ist free Ah wenn er Subt Habe ich ein Problem Ja we try Man muss man einfach riskieren Wir riskieren Jetzt komm greif mich an Bitte Bitte greif mich an Kein Sub Ja Okay Spukball kommt Das heißt wir überleben Und Dragapult hat keine Prio Außer Ruckzuck Oder Tiefschlag Oh Gott Ey gar kein Bock drauf Ähm und wir können jetzt Abgang spawnen Aber ich glaube Dunkelklau ist eher der Play Weil Abgang spawnen Der müsste mich dafür Jetzt halt killen Und wenn er jetzt einfach rausgeht Dann war alles für nix So weißt du wie ich mein Wobei ich eigentlich echt gerne Weil wenn er rausgeht Abgang spawnen Ich halte das Mon danach Vom Abgang spawnen Let's go Vielleicht killt er mich ja Das wäre echt witzig Wenn das Ding jetzt einfach tot wäre Achso Ey ich habe zwei Kills Killt er mich Oder nicht Ja Ey ich habe drei Kills Jawoll Und Dragapult ist raus Geil Das Ding ist einfach tot Ja tschüss Aha geil Oh das bockt einfach so heftig Das ist richtig witzig Alter Jetzt hat er Weeweil das schneller ist Aber alter Ich kann doch jetzt einfach Immer einen geilen Gigastoß drücken Oder Aber das wäre so geil Ähm aber Weeweil macht mir nix Ich würde jetzt echt gerne einfach In Desk gehen Und Regen tanzen Aber dann macht er mich Wahrscheinlich Nimmt er mich einfach Kops Den brauche ich theoretisch Nicht mehr Das ist Fakt Weil gegen Weeweil Das ist eh so eine Sache Na das ist fein Ich glaube ich drücke einfach Straight up mal Orkan Um zu schauen Was für Schaden machen Aua Oh Schnüffler Zitatsbeere Wieder die Antigeistbeere Der Pisa Aber keine EV Das heißt Orkan macht glaube ich Gar nicht so wenig Damage Vielleicht ist er auch Komplett offensiv Ich gehe jetzt einfach mal Straight up für Orkan Und schaue mir den Damage an Oh der hittet Heute sind wir gut dabei Mit den Hits Ey der Schaden ist gut Der ist wirklich Oh Gott Mach mal Pizzaro Das müssen wir fast Ein bisschen ausstallen Das müssen wir wirklich Fast ein bisschen ausstallen Ja Lass ich gucke Ob ich das irgendwie ausstallen kann Kann sein dass er mich jetzt einfach Killt Bauchtrommel Ich wusste nicht mal Dass das Ding Bauchtrommel kann Weil ich auf sowas niemals komme Oh Gott jetzt misst es Ja hat er sich verdient Den Kill den er jetzt macht Hat er sich einfach komplett verdient Ähm Ja was soll ich dazu noch sagen Du Das ist ja absolut wild Das ist einfach nur wild Aber danach können wir mit der Prio reinkommen Theoretisch Mit Wolfarock Ja Orkan let's go Einfach nochmal Der wird mich jetzt halt rausnehmen Aber egal Zen Kopfstoß Ja Ist krass Ist wirklich heftig Kann man nichts sagen Ist einfach plus 6 Slush Okay Ähm Ähm Ja ja Dragapult hat er auch gekriegt Weil es mir ein Ding gekillt hat Zen Hedper Warte der hat Zen Hedper Wir haben ja sonst nochmal zwei Moves gesehen Den Trick Room Und Belly Drum Was hat der noch für einen Move Frag ich mich Ja ich hab natürlich die Prio Auf dem hier Das ist absolut wild Also die Sets sind wirklich wild Ich hätte jetzt aber echt Bock auf den Gigaschloß Muss ich sagen Aber ich muss hier leider den Ding drücken Den Turbo Felsen Weil ich nicht riskieren kann Dass der mich jetzt killt Bei Runden Ja weil Der Wolfarock gewinnt mir das Game Wolfarock gewinnt mir noch das Game Ja okay passt Zack Aber die Sets sind echt wild Ich hab gar nicht so auf dem Schirm gehabt Dass man Also Belly Drum Lusho King Ist etwas was ich nicht schlecht finde Auf jeden Fall Ja der ist natürlich jetzt noch schneller Das ist richtig Schade dass das hier irgendwie nicht so aufgeht Er wird aber denke ich mal einfach hier auf den gehen Auf Stein Hagen Und wenn er auf Erdbeben geht ist auch egal Er wird dann auch eh killen Ab in Bushido Komm Ab in den froschigen Bushido Ich glaub sogar mit Neem IQ Sollte er mich nicht rausnehmen Auch wenn ich kein Death Investment habe Ich hab's nicht gekalkt Aber wir werden's ja gleich sehen Oh er geht für CQ Hat er sich getraut Oh der nimmt mich doch einfach raus Lol Hab ich nicht erwartet Aber gut Dann soll es so sein Ähm Jetzt ist die verdrehte Dimension wieder normal Du kannst Orkan Aber eigentlich sollte ich doch einfach mit einem Nahkampf jetzt gehen Und dann into Zapdos auf Bring und dann Turbo fräsen oder? Muzz Day Aber er hat kein Death Investment Kriegen meinen Wolverog Ja CC macht genug So viel wie ich denn vorhin gemacht habe Müsste CC genug machen Nicht hab ich verloren Ist cool dass meine Fluchtknopptaktiken irgendwie nie so richtig aufgehen Aber 51% machen wir dem schon Ja Nahkampf let's go Sollte eigentlich immer reichen Wie gesagt wenn ist Scheiße Wenn nicht ist Scheiße Reicht aber Sehr gut Wolverog hat zwei Kills Und macht wahrscheinlich noch den dritten dann So Pampus ist auch raus Oh Und ich muss sagen Dass mir die Trick Room Scheiße doch mehr Probleme gemacht hat als erwartet Aber ist geil Ist geil alter Gut Den killen wir sowieso einfach mit dem Ding dann Mit dem Turbo Felsen Aber jetzt gehen wir zur Sicherheit raus Weil der nimmt mich wahrscheinlich jetzt raus Weil er Spex ist Und wir gehen ab in San Diego Und wenn es jetzt gut läuft Dann drückt er halt ein Move Also er müsste jetzt eh mal den Ice Move drücken Wir leben den und kommen wieder zurück in Wolverog So San Diego macht ein Comeback Ah wir kriegen ja Tarnstein Schaden Scheiße Kriegen wir Blizzard Oh also Mist Aber er Er kriegt doch safe den Hit jetzt raus Einfach Donnerblitz Gönn ihm den Kill Komm schon Blizzard Jawohl Killt mich das Das killt mich Okay Schade Das war's mit San Diego Sein Auftritt war kurz Aber wirkungsvoll Kappa Oder wird das ein knackiges 1-0 Zum Schluss der Zum Schluss der Liga Oder Das reicht doch jetzt wohl Nicht dass ich jetzt noch irgendwas anderes drücken muss Ne Excel auch reicht Einfach Turbo Felsen Let's go Bam Und down Und Wolverog Hat auch 3 kills Ey Wolverog Hat endlich mal kills gemacht in dem Match Unglaublich aber wahr Ja geil Damit war's das Mit diesem Sieg sind wir tatsächlich jetzt sicher vor der Relegation Das ist ziemlich cool Weil ich hatte im Hinterkopf Das wenn wir das Match verlieren Und Kirby sein Match diese Woche auch verliert Was ja gut mal vorkommen kann in dieser Liga Dann Dann sind wir tatsächlich Relegation Und da hätte ich gar keinen Bock drauf gehabt Weil wir plötzlich auf dem ziemlich krassen Platz nach unten gerutscht werden Während Und ja wie gesagt Hätte ich gar keinen Bock drauf gehabt So sind wir nicht in der Relegation Deswegen passt das Ich bin zufrieden Ich Glück Beglückwünsche an der Stelle Entweder Vince oder Schmock Zum Ligasieg Einer von den beiden hat's gewonnen oder so Ja Die Liga war ganz nice in der Hinrunde In der Rückrunde hatte ich irgendwie gar keinen Bock mehr Aber das lag an den ersten zwei Matches Die einfach komplett gegen mich gelaufen sind Und mich einfach nur abgefuckt haben des Todes Weil wenn man sich denkt Wenn ich jetzt zwei Wins mehr hätte Und ich quasi Ja Dann wäre ich In der Tabelle woanders Aber egal So darf man ja gar nicht sagen Darf man ja gar nicht denken Und reden Deswegen ist das natürlich so eine Sache Weil für mich gibt's halt in jeder Liga Nur erster Platz oder gar nix Deswegen war das halt gar nix Ähm Und Ja Würde sagen Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder Irgendwann Bei irgendwas Ich weiß gar nicht mehr was Äh Bis dahin Hab ich dann hoffentlich auch keine Husten mehr Vielleicht stream ich in nächster Zeit auch mal wieder Ich weiß nicht Muss ich schauen Ähm Aber auf jeden Fall würde ich sagen Spätestens Im März oder so Ist neue UDT Season Da kann ich dann auch wieder mitmachen Und da sehen wir uns wieder Äh KDL könnte davor sein Da muss ich aber schauen Wegen der Flussstresse Also Ich hab ja ein Kiki zu verteidigen eigentlich Deswegen Ja Wir werden sehen Ich wünsche euch auf jeden Fall Noch einen schönen Rest Sonntag Genießt's Ähm Und Ja Macht es gut Vielen Dank fürs Zuschauen Und für die ganzen Kommentare Hat echt Bock gemacht Ähm War echt nice Und ich hoffe Dass ihr auch noch weitere Ligen Bei mir verfolgen werdet Ähm Jetzt brauche ich auf jeden Fall Aber mal wieder ein bisschen Pause Weil jetzt muss ich Kann ich mich wieder Voll um Uni kümmern Und Ähm Ja Mein Brain wieder ein bisschen Refreshen Bis zur nächsten Liga Weil irgendwann ist einfach so Ausgelaugt Aber Ja Bis zum nächsten Mal Macht es gut Und Bis denzen Sagt er Sieb denzen